Hallo, ich bin's mal wieder, euer Losverfahren-Fan und Sortitionist vom Dienst. Heute mit der Folge Miteinander reden. Ich frage mal in die Runde in den Saal, wer ist auch hier Schulz von Thun geschädigt? Ja, also viele Arme gehen hoch. Wer hat noch nie was von Schulz von Thun gehört? Einige wenige Arme. Es ist die Frage, ob ich das jetzt wirklich erläutere. Na ja, Schulz von Thun, Miteinander reden. In der Politik. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Auf Spiegel Online gab es ein Video mit einem jungen Umweltaktivisten, Friday for Future Menschen und einem gestandenen Politiker. Wenn man viel mit Kommunikation zu tun hat und Kommunikation, Training und dem ganzen Gesümse und man sieht dieses Video. Also ich weiß nicht, wie viel Tode ich während dem angucken. Es ist ein ganz kurzes Video, wo die, das ist natürlich viel medial und zusammengeschnitten, muss man alles sich rausdenken. Aber wenn man so ein bisschen auf Körpersprache achtet und man schaut dieses Video. Also ich bin mehrere Tode gestorben, werde ich euch unten reinstellen, den Link, dass ihr euch das, dass ihr mit mir sterben könnt. Und ja, also das ist ein Beispiel für Misskommunikation. Also die reden aneinander vorbei. Jetzt ist aber der Punkt, für mich geht es gar nicht so sehr um die beiden. Ich finde die beiden ziemlich sympathisch, wirklich. Als Menschen kann man ja auf beiden Fraktionen, sage ich mal, viel Schlimmeres vorstellen, als was ich da sehe und höre. Also menschlich ist das kein Thema für mich. Ist aber die Frage, was mich beschäftigt, ist eher, ist das nicht das Normale? Also was wir da sehen und so ein bisschen eher als Symbol diese Unterhaltung, ist das nicht das, was die ganze Zeit passiert in der Politik? Und ist das nicht auch vielleicht personenunabhängig? Also hat gar nicht so viel mit den beiden spezifisch zu tun, sondern wenn man halt dann ein paar Jahrzehnte in der Politik war, das macht was mit einem. Und wenn man jung und engagiert ist, das macht auch was mit einem. Und man ist gerade Teil einer beginnenden oder endenden oder mittendrin Bewegung. Ich erinnere mich dunkel, verklärend an meine Jugend. Muss man sehr vorsichtig sein. Gehirn macht ständig Geschichtsfälschung. Ja, also das sind so Muster in meinen Augen. Und die Frage ist für mich jetzt weniger, das ist ja so ein Reflex, ja, wir stecken jetzt zum Beispiel diesen Politiker in eine Rhetorik-Training. Ja, oder er soll mal Schulz von Thun lesen, miteinander reden und dann wird alles gut. Ich bin zum Beispiel gar nicht so ein Schulz von Thunianer. Ich habe das ganz oberflächlich wahrgenommen. Ich bin still mehr so oft so Sachen wie Thomas Gordon und Frank Farrelly. Das sind ja so meine Quellen. Aber ehrlich gesagt, das Zeug wird immer wieder neu erfunden. Menschen ändern sich, aber die Hardware ist doch erstaunlich stabil. Und deswegen werden also, wie gehen Menschen miteinander um, wird immer wieder neu erfunden und dann irgendwelchen neuen Begriffen. Das ist normal. Also wirklich gute Sachen werden immer wieder neu entdeckt. Genau. Okay. Aber in der Politik, miteinander reden in der Politik, muss das so sein wie das, was wir da sehen und hören. Ja, also wirklich achtet mal auf die Körpersprache von beiden. Das ist echt heftig, wenn man das mal anfängt. Möchte es dann gar nicht so gern gesehen haben, was man da sieht. Also ich kann das auch anders sein. Und die Frage ist natürlich die Bedingungen. Unter welchen Bedingungen kann das anders sein, dass das abläuft? Kann denn so ein gestandener Politiker, der in der Verantwortung steht, überhaupt anders mit einem Menschen aus der Bevölkerung reden, der gerade irgendein drängendes Anliegen artikuliert? Ja, für mich betrifft das nicht nur junge Leute. Also auf diesem Spiegel-Dings wird starkes Spiel so alt gegen jung. Da werden die Geburtsjahreszahlen eingeblendet. Ich glaube, wenn da eine alte Oma sitzt oder jemand aus der Pflege oder mit Wohnungsnot oder egal welches Anliegen, ja, Angst davor, von Migrantenroden überrannt zu werden, egal wer da jetzt sitzt aus der Bevölkerung und da sitzt irgendein Politiker auf der anderen Seite, wird das ähnlich ablaufen wie das, was wir da sehen. Das ist irgendwie für mich mehr ein Symbol. Mir geht es gar nicht um spezifisch dieses Thema und diese beiden Menschen, sondern mir geht es mehr um einen Systemeffekt. Ja, das ist schon meine Brille. Ja, wie kann das besser laufen? Ja, warum läuft das so derart daneben? Warum gehen die nicht aufeinander ein? Ich gehe davon aus, dass es eigentlich das Natürliche ist, für Menschen aufeinander einzugehen. Also wir haben, sagen wir mal, wir sind so verdrahtet, ja, dass wir in Resonanz gehen miteinander. Ist wahrscheinlich evolutionär irgendwie wichtig gewesen, dass wir uns als Spezies abstimmen, weil wir halt alle Frühgeburten sind, nicht lebensfähig, wir sind darauf angewiesen, dass wir uns umeinander kümmern, damit wir überleben, wir sind auf Kooperationen angewiesen. Auch dieses unglaubliche Gehirn, was wir haben, entwickelt sich ja nur, wenn es gespielt wird, sozial, also zwischenmenschlich. Also wir sind zutiefst soziale Spezies und insofern glaube ich nicht, dass das natürliche Reaktionen sind, die wir sehen, sondern es sind gewordene Reaktionen, institutionell verformte, die schon antworten auf, was die armen Menschen dadurch durchmachen in den Institutionen, die wir halt so haben. Und ja, wie könnte das besser wollen? Wie könnte das so laufen, dass da so ein Mensch ist und der sagt so, hey, ich habe ein Problem. Ich habe ein Problem und das ist für mich drängend. Und da ist ein anderer Mensch dann sagt vielleicht auch, hey, du, ich habe auch ganz viele Probleme. Magst du dir nicht meine Probleme zuerst anhören? Ja, gut. Und dann ist noch eine dritte Instanz drüber. Ja, so, sag mal Papa, Start. Ja, also wir können jetzt Kindergarten spielen, beide adressieren das jetzt nach oben. Ja, so, ah, ich meinst, ist aber drängend da, ich will deine Aufmerksamkeit. Und der andere sagt auch, ah, ist drängend da, ich will deine Aufmerksamkeit. Und ja dann so, ne, so, Papa betulich, Mama betulich, so, ne, nichts mit so heiß gegessen, wie es gekocht wird und so, ne, die Stimme der Vernunft. Jetzt ist aber so, wenn die sich nicht ernst genommen fühlen, dann knallen die halt durch, ja. Also, ja, da ist mit der, ich fühle mich nicht wahrgenommen, ja, keine Resonanz, ja. Der sagt irgendwas, aber ich fühle mich nicht verstanden, wie der da redet. Also von der ganzen Art her schon nicht. Ist ja überhaupt nicht zugewandt. Ja, und was machen kleine Kinder zum Beispiel, wenn das so ist? Die drehen durch. Die machen Rabatz. Die machen echt Rabatz. Also, junge Eltern da draußen, mein tiefster Respekt. Ich habe nur ein Kind. Alle, die aber nur ein Kind haben, haben meinen tiefsten Respekt. Alle, die mehr Kinder haben, ich weiß nicht, wie er das schafft. Ja, keine Ahnung. Ist mir weh zu. Elternschaft ist reine Überforderung in jeder Hinsicht. Hat mir mein Philosophie-Prof schon beigebracht, als ich Mitte 20 war, da habe ich das noch nicht verstanden. Heute sage ich nichts dazu. Okay. Also, hier, adressieren, werden nicht verstanden, da knallen, doch. Was, wer macht's passiert da oben, wenn die da unten durchknallen? Ja, die sagen, oh, die sind so unvernünftig, ja. Die sind ja nicht rational. Da müssen wir noch rationaler werden. Das heißt, für die da unten noch weniger Resonanz. Ja, ich habe hier Emotionen, ich habe Gefühle, weil schon mal, wenn du ein Problem siehst, das löst Gefühle aus. Du hast Wut, du hast Ängste, Trauer, ganze Breite menschlicher Gefühle. Oben, null Resonanz. Und umso mehr aber die emotional werden, da gibt es einen schönen Begriff in der Psychologie oder einer Beziehung, Beziehungologie. Ich weiß nicht, ob es das gibt, sollte man vielleicht mal erfinden. Diametrales Ausleben. Ich bin Riesenfan, Diametrales Ausleben. Leute, merkt euch diesen Begriff, Diametrales Ausleben. Ja, umso mehr die Demonstrationen, umso mehr glauben, die vernünftig zu werden. Was passiert, wenn man einem Menschen, der wütend ist, vernünftig kommt? Beruhigt er sich dadurch? Nein, der beruhigt sich nicht. Was ist zum Beispiel die leichteste Art, jemanden runterzuholen, der gerade brüllt? Ja, schaut mal nach bei Asterix. Ja, wie schnell diese super zwei Hammer Choleriker eigentlich, ne? Asterix und Robodex, ja. Superschnell entzündet und superschnell wieder unten. Warum sind die wieder unten? Schaut es euch noch mal an, ja. Also, ich verrate es jetzt nicht, aber es gibt eine Methode, wie man das macht. Und ich sage mal so, mit Rationalität hat die nicht so viel zu tun. Okay. Ja. Und da sind wir also. Wie kann das besser laufen? Ja. Also, wir Menschen sind soziale Wesen. Ja, das Normale ist, ich höre mir das mal an, das ist ein bisschen so, wer gerade cooler ist, geht vielleicht mal in Vorleister und sagt, ich höre mir das jetzt mal an. Ich habe zwar auch Themen, aber ich höre mir das mal an. Und ich bin neugierig über das Verstehen. Die da oben, wenn das entfremdete Prozesse sind, wie wir sie jetzt haben, haben das Gefühl, die haben immer schon alles verstanden. Die da unten haben was nicht verstanden, sonst würden sie sich ja nicht so aufregen. Hätten die das alles verstanden, dann würden die auch so vernünftig sein, wie wir da oben sind. Wir bestalten, wir Gewählten, wir Verantwortungsträger. Ja. Genau. Also, wir sind neugierig. Wir versuchen, das zu verstehen. Dass die natürliche Menschen nicht halte. Wenn jemand ein Problem hat, dann sage ich, okay, was ist dein Problem? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, warum du so aufgeregt bist. Aufgeregt wir das verstehen. Und natürlich ist immer die Sorge, dass man sich ansteckt. Ja. Also, Gefühlsansteckung gibt es ja. Ja. Also, Panik hier, Panik auch dort. Aber wenn es gerade nicht mein Problem ist, kann ich ja meistens doch relativ cool sein. Also, wenn ich so eine entspannte Grundstimmung habe, ich kriege das hin. Ja. Also, ich kriege das hin, dass ich mit dir bin. Und vielleicht wechselt es rüber und heulich eine Hunde mit dir. Sprülle von dir. Oder wir sind gerade gemeinsam depressiv im Moment. Aber meistens habe ich es halt nicht ganz so wie du. Und das kühlt dich runter. Und dich genauso mit meinem Problem. Es gibt wunderbar. Ja. Also, hier sind nur Hände. Aber stell dir mal vor, es sind Leute ganz normale Bürger. Was ich damit sagen will, ist, Bürger können sich besser gegenseitig beruhigen. Ja. Und zwar einfach deswegen, weil sie nicht in Verantwortung stehen. Einfach, weil sie, ja, sie können sich menschlich begegnen. Was können Politiker nicht? Das ist nicht Fehler der Politiker. Bitte hört auf, Politiker in Rhetorik-Trainings zu stecken. Schenkt euch das. Empathie aus Machtpositionen funktioniert nicht. Ich kenne ein paar Superheroes. Ich habe die persönlichen Hingern. Die können das. Ganz besondere Menschen. Aber man kann das nicht von Menschen erwarten. Man kann das auch nicht züchten. Wenn man sich mal anguckt, was Menschen durchmachen, also einfach mal auch Empathie mit Politikern hat, mit Empathie mit Firmenlenkern, merkwürdigen Menschen hat, die merkwürdigen Machtpositionen sind. Wenn man sich mal anguckt, was die durchgehen, bis die da sind, dann erwartet man das nicht mehr. Ein paar wenige schaffen das. Und auch aus dieser Position, selbst wenn du der Hyper-Empath bist und Supersozialkompetenzen hast, du bist irgendwann überfordert. Du wirst zerrieben zwischen den Erwartungen. Dir wird auch selber keine Empathie entgegengebracht. Überhaupt nicht. Du wirst permanent angegriffen. Wenn ein Mensch permanent angegriffen wird und seine Empathietanks nicht auffüllen kann, und das können diese Berufspolitiker nicht, die schweben da in ihrer Politikwolke, in der permanent Krieg herrscht. Das müssen wir uns mal glauben. Wir stellen die unter Stress, unter Kriegsbedingungen, diese armen Menschen und erwarten, dass sie dann noch empathisch sein können. Das können die nicht. Und dann auch noch mit so vielen verschiedenen Menschen, mit so vielen Anhängen. Alle wollen was lauter Babys. So fühlt sich das für die an. Kann nicht funktionieren. Kann nicht funktionieren. Kommunikationstechnisch kann das nicht funktionieren. Im Grunde hilft Empathie ganz viel weiter. Auch kognitive Empathie. Wenn man sich einfach mal einfühlt und versucht zu verstehen, was heißt eine bestimmte gesellschaftliche Position für Menschen. Was heißt das von innen? Nicht von außen. Nicht analytisch. Was heißt das? Verstehen. Also man versteht die Leute, wo sie sind. Und dann versteht man oft auch, dass das nur sehr schwer anders sein kann, wenn man diesen Bedingungen ausgesetzt sind, denen, die ausgesetzt sind. Was ich sagen will, ist, was wir bisher für dich zu wenig verstehen, ist, Bürger können was füreinander tun, was systemisch, systematisch, strukturell Politiker nicht für Bürger tun können. Das können die gar nicht. Versuchen die die ganze Zeit verzweifelt. Aber die überfordern sich selber damit. Das merken sie allmählich. Und weil die über das überfordert sein kein gutes Gefühl ist, ist es wahnsinnig schwer, auch für die zu vermeiden, Selbstwertschutz zu betreiben in der Form von, die Bürger sind blöd, die Bürger sind böswillig, Hilfe, ich will ein anderes Volk. Ist ein naheliegender Exit. Ja, also psychologisch. Ich würde jeden Politiker verstehen, der so denkt. Könnte ich nachvollziehen. Unter dem Druck, unter dem die stehen, von allen Seiten Konkurrenz, Erwartungen von allen Seiten, weiß gar nicht, wie ich das aushalten soll. Das ist ein bisschen Grund, warum ich kein Politiker bin. Ich war mal in irgendeiner Partei, könnt ihr euch ausrechnen, welche. Das war die unterste Ebene von Parteipolitik. Also wirklich Schmalspur, da ging es noch um gar nichts. Aber da ging schon zur Sache, ey, Wahnsinn, bin wieder raus. Hätte ich, habe ich nicht ausgehalten. Ich mag mich streiten, ich mag argumentieren, aber menschlich, ich habe gespürt, was das mit mir macht. Das wollte ich nicht. Also wenn er immer sagt, ja, geh doch in die Politik, wenn ihr was verändern wollt. In diesem System, ernsthaft, wenn ich selbst Empathie habe, wenn ich will, wenn ich mich nicht mehr aufopfern, mehr tyrermäßig drauf sein will, soll ich in dieses System reingehen. Are you kidding me? Ja. Also jeder Mensch, der ein bisschen selbstempathiert hat, geht nicht in die Politik. Idealisten gehen in die Politik. Menschen mit Hammer-Ego gehen in die Politik. Und man hier reingerutscht zu den Überbeziehungen in die Politik. Aber Leute mit wirklich beträchtlichen Nehmerqualitäten. Also zum Beispiel, ich glaube ja, Privattheorie, ich weiß es nicht, aber Privattheorie ist, die Angela Merkel ist ja ein Rätsel. Also viele haben das immer noch nicht verstanden, glaube ich. Die hat ja reinweise Leute überholt von rechts. Also nicht von rechtspolitisch, sondern auf der Spur, wo man sie es nicht erwartet haben. Roland Koch, Christian Wulff, Edmund Stoiber, alles designierte Kohl-Nachfolger hat sie alle rechts überholt. Eine Kundin hat mir das mal erklärt. Die Gubi-Taktik hat sie das genannt, hat sie erfunden. Was man schon bereich, auch ein Haifischbecken. Und sie hat gesagt, ich war da der Gubi im Haifischbecken und die haben mich nicht kommen sehen. Das ist Angela Merkel. Wenn man sich Videos anschaut von vor 25, 30 Jahren und sagt, die wird mal Kanzlerin. Glaubt keiner. Und dann auch noch kolische Dimensionen von der Amtszeit her. Glaubt auch keiner. Aber die hat auch eine Kernkompetenz neben der Gubi-Taktik. Die hat Nehmer-Qualitäten. Unglaubliche Nehmer-Qualitäten. Die kann also auch gestandene Putins, Trumps und Co. beeindrucken mit Nachtsitzungen. Also wenn alle schon blüde Augen haben und jetzt allmählich wollen wir doch mal zu einer Entscheidung kommen und wir müssen dann vor die Presse treten und irgendwas. Krisensitzungen und dann sitzt die immer noch da und hat Ressourcen. Das sind Nehmer-Qualitäten, menschliche Nehmer-Qualitäten. Die kann man kultivieren, aber da gibt es auch physische Komponenten. Also genetisch, aus der Kindheit kann man nicht mehr im afghanischen Alter, kann man den Vorsprung mancher da nicht machen. Also ich kann das nicht. Ich bin, wenn man sich anguckt, wie meine Cortisolwerte so sind, springt super schnell an, wird super schwierig abgebaut. Ich müsste eigentlich permanent orthogenes Training machen, Stresstraining machen, um ein gesundes Leben zu machen. Mache ich übrigens nicht. Qigong ist ganz gut bei mir. Genau, also da gibt es Unterschiede, biologische Unterschiede. Also biologisch auch im Sinne von Epigenetik, also nicht nur die Gene, sondern was ist danach passiert, was ist im Mutterleib passiert, was kurz nach der Geburt passiert, wie waren die ersten Jahre. Da werden Ressourcen aufgebaut und die können einem in der Politik helfen, weil man da nie mal Qualitäten braucht. Also es gibt Leute, die können gar nicht in die Politik gehen, nicht so wie wir das System gebaut haben, weil du brauchst diese Ressourcen, um erfolgreich zu sein. Angela Merkel hat die, sonst wäre sie nicht da. Also wer Merkel für eine, rein technisch gesehen, unabhängig von ihrer Inhalt ihrer Politik, Inhalt ihrer Politik, für eine schlechte Politikerin hält, dann ist es meine Frage, wovon reden wir? Ja, also systemimmanent ist die erfolgreich. Ja, also kann Politik, ja, die beherrscht das Feld, die beherrscht ihr Handwerk in dem gegebenen Rahmen. Da ich aber permanent über die Veränderung des Rahmens rede. Also ich denke über Rahmenbedingungen nach, institutielle Rahmenbedingungen, unter denen Menschen dann handeln, hat den schönen Namen Institutionenethik und eben nicht über das Handeln der Menschen selber. Also klassisch wird unterschieden zwischen Spielregeln und Spielzügen, zwischen Akteuren und Institutionen. Das ist meine Frage, wie könnte das verändert werden, dass das, was wir da unten sehen in diesem Video auf Spiegel Online, dass das ganz, ganz anders abläuft. Ganz, ganz anders. Ja, so wo dann Kommunikationsfuzzis wie ich nicht drauf gucken und Augenkrebs und Ohrenkrebs kriegen, wenn wir das sehen. Wo, behaupte ich jetzt mal, keine Ahnung, ob das wirklich so ist, wo jeder Mensch, wenn er das sieht, bedröppelt ist, wenn er das sieht. Also in einem lichten Moment, wo ich gerade gut draufwolle, ich gucke mir das an, ist das schrecklich anzuschauen. Ja, er hat mich an so manche Teammeetings, die ich in Firmen erlebt habe, erinnert. Also Fremdschämen trifft das noch gar nicht. Das ist, man leidet. Man leidet beim Zugucken, obwohl man ja gar nicht betroffen ist. Was die sich antun gegenseitig. Demütigung entfinden statt. Bedrohung entfinden statt. Und das ist aber Politik, wie wir sie gebaut haben. Also Politik lebt von Bedrohungsszenarien. Da wird permanent mit Bedrohung gearbeitet und mit Demütigung. Das ist Handwerkszeug. Man muss das lernen, um in diesem System erfolgreich zu sein. Es gibt ein paar, die machen das anders. Aber das sind nicht sehr viele. Das kann einem zu denken geben. Weil es gibt so Dinge, die sind eben systemisch. Die kannst du nicht den Einzelnen nehmen und ihn trainieren. Und dann wird das besser. Da kannst du nicht die Leute austauschen. Da kannst du tausendmal austauschen. Wenn es ein Systemeffekt ist, stellt er sich stabil wieder her. Ja, deswegen haben wir ja das systemische Denken mal irgendwann erfunden, weil uns das so aufgefallen ist. Gut, also wir haben ein politisches System, das beziehungstechnisch unter aller Sau ist. Das stiftet schlechte Beziehungen. Das stiftet schlechte Kommunikation. Das stiftet Nichtresonanz. Und dann muss man ja mal drüber nachdenken, wie kann man das anders bauen? Wie kann man das umbauen, dass das mehr stattfindet? Dass wir nicht mehr unsere armen Politiker überfordern. Und genauso engagierte Leute mit einem Anliegen überfordern. Leute, die sehen dann LKW auf uns zukommen und sagen, Hilfe, ich will nicht überfahren werden von diesem LKW. Bitte stoppt diesen LKW. Oder die einfach eine Idee haben vielleicht auch und die einbringen wollen und dann auch gegen Wände laufen. Oder die die Pain bei sich selber haben oder Pain auch bei jemand anderem sehen in der Gesellschaft und deswegen Veränderungen wollen. Ja, und die adressieren das dann. Und dann laufen sie gegen eine künstlich erzeugte Wand, die Resonanz zerstört, abblockt und unmöglich macht. Und das ist niemandes schuld. Niemand ist schuld. Wenn jemand schuld ist, sind wir alle schuld, weil wir diese Institutionen stützen und gemeinsam geschaffen haben. Das muss sich jeder einschließen. Ich muss mich auch einschließen. Ich stütze das System auch seit vielen Jahren. Wir sind alle das System. Wir sind alle das verdammte Establishment, weil es ist unser verdammter Staat. Es sind unsere verdammten Institutionen. Wir sind der Autor dieses Systems. Wir sind der Souverän. Also gehört uns das. Und die Ergebnisse gehören auch uns. Das, was rauskommt, ist niemandes Fehler, außer unser aller gemeinsamen Fehler. Deswegen können wir es auch nur alle gemeinsam fixen. Jetzt kommt die Frage, woher kommt denn dieses alle gemeinsam? Woher kommt das? Nicht nur als Wort, nicht nur auf dem Papier, sondern real. Wie kommt denn Gemeinsamkeit zustande? Gesamtgesellschaftliche Gemeinsamkeit. Gesamtgesellschaftliche Gemeinsamkeit, die zum Beispiel Verfassungen ändern kann, die Institutionen reformieren kann. Wo kommt die her? Wie kommt die? Sondern es ist einzelne Parteien? Da muss ja die andere Partei dagegen sein. Das ist ja das Spiel. Also wenn die eine Partei eine Idee hat, muss die andere Partei die schlecht finden, um sich von der abzusetzen. Also zum Beispiel gute Ideen nicht verderben. Also zum Beispiel, wenn eine echt gute Idee kommt und die eine Partei greift die auf, dann müssen ja jetzt andere systemische Argumente finden, warum das schlecht ist. Auch wenn das eine sehr gute Idee ist. Das ist das Spiel, das wir spielen. Mit Parteien und Parteienkonkurrenz und Personenkonkurrenz. Konkurrenzsystem, wo wir sagen, Konkurrenz ist gut, dann setzt sich ja das Beste durch. Also ich beobachte was anderes. Empirie, würde ich behaupten. Ich beurtele das. Wenn man halt mitdenkt, was passieren könnte, wenn man es anders organisiert. Kooperation stützt. Zuhören stützt. Verstehen stützt. Und dann die Leute verantwortliche Entscheidungen treffen lässt. Ich verstehe das ja als demokratische Politik und als andere nenne ich aristokratische Politik. Weil ich mir die Kirchen angeguckt habe und bei denen ist das so relativ klar. Wir sind da verwirrt. Also Aristokratie, da denken wir an Kostümfilme. Ja, aber ich brauche halt irgendeinen Namen für. Ich nenne das aristokratische Politik, weil das in Aristokratien so läuft und Aristokratien lieben diese Battles. Die sind unproduktiv. Haben die Griechen rausgefunden, deswegen Demokratie geschaffen, Losverfahren erfunden. Ich komme wieder aufs Gleiche. Ich weiß, es ist ermüdend, aber ja, das ist mein Alpha und mein Omega und dazwischen stehen manchmal spannende Dinge. Also habt Spaß und freut euch des Lebens und stiftet gute Beziehungen. In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss.